Hier ist Nicola Materne und das hochgelobte Debütalbum Wunderbar allein. Willkommen, Nicola Materne. Deutsch und Bossa Noir. Was ist Bossa Noir und wie passt das zusammen? Bossa Noir ist Bossa Nova Musik, die ursprünglich aus Brasilien kommt, mit deutschen Texten. Das ist erst mal ungewöhnlich auf den ersten Blick, passt aber super zusammen. Dann wollen wir das jetzt hören, damit die Zeit noch reicht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag, machen Sie es gut. Und jetzt Nicola Materne. Die Minuten werden gezählt. Schlange stehen, vorwärts gehen. Menschenmengen, fremder Ort. Fast gut im, ist Zeit verstreicht. Muss immer weiter fort. Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht. Hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt rolle, fliege, laufe ich, wenn es sein muss für ne Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht? Zugverspätung, Shuttlebus und den Anschluss knapp verpasst. Lange Weile, keine Zeit. So schnell wie möglich weggerast. Frieren, schwitzen, unter Strom. Landschaft rauscht vorbei. Auf der Erde, in der Luft. Diese Engel, lasst mich frei. Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht. Hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt rolle, fliege, laufe ich, wenn es sein muss für ne Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht? Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht. Hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt rolle, fliege, laufe ich, wenn es sein muss für ne Nacht. Was hab ich mir dabei? Hab ich mir dabei? Hab ich mir bloß dabei gedacht? Hab ich mir dabei gedacht. tim people dabei du CIER